So, es wird ja langsam Frühling, es wird immer wärmer. Was machen Sie denn um den Frühling so ein bisschen einzuleiten? Alleine wenn ich die Bäume beschaue, wie die jetzt so grün werden, ist doch so herrlich. Und dann morgens schon um halb acht mit den Hunden durch die, wo ich gehe denn letztes ehrlich. Genau, das ist bei mir ganz genau so. Wir gehen hier dreimal am Tag lang, es ist immer schön. Sowieso der Burgwald ist sehr schön, hier kann man viel erkunden, auch mit Kindern. Waren Sie denn auch schon mal Eis essen jetzt in der Lage? Nein. Ich schon, gestern mit meinen Enkelkindern. Ich noch nicht. Ich genieße den Frühling, dass ich mit meinem Hund hier spazieren gehe durch den Burgwald. Diese Sonnenstrahlen tun gut, tun mir gut, dem Hund gut. Ja, und naja, der Wind ist ein bisschen kalt, aber sonst macht es mir sehr viel Spaß, so mit dem Hund spazieren zu gehen durch den Burgwald. Also ich genieße die ersten Sonnenstrahlen hier in den Klageburgwald. Es ist total schön hier spazieren zu gehen mit meinem Hund. Ja, die Bauwerke sind total toll, das Klostercafé ist empfehlenswert und natürlich Eis essen und was man sonst so alles machen kann. Amen. Ja, genau.